Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem Format Naturmedizin. Menschgerechte Ernährung, was ist das? Über dieses spannende Thema spreche ich heute mit Marco von Moos. Er ist Samenexperte, Landwirt und hat ein unheimlich großes Wissen über alle komplexen Gesundheitsthemen. Bleiben Sie dran. Ganz herzlich willkommen, lieber Marco. Schön, bist du wieder bei uns. Danke, Silvia. Mit einem sehr interessanten Thema, einem sehr umstrittenen und vielbesprochenen Thema. Welche Ernährung ist wirklich für uns Menschen artgerecht? Genau. Haben wir ein grosses Thema aufgegriffen. Wir haben ja, also es gibt die Menschen ja vier Millionen Jahre und wir haben uns da irgendwie erfolgreich durchgeschlängelt und dann hat die Natur auch ihre Spuren hinterlassen, sage ich mal so. Und ich schaue gerne in der Natur, wie hat es die Natur gemacht und die hat nichts zufällig gemacht. Und anhand von dem kann man eigentlich erfahren, in welche Richtung die Ernährung gehen dürfte. Wenn wir zum Beispiel unsere Anatomie anschauen, dann haben wir zum Beispiel Zähne. Das sind keine Reißzähne, so wie das zum Beispiel Katzen und Hunde haben. Wir haben Mahlzähne. Wenn wir zum Beispiel den Speichel vergleichen mit fleischfressenden Tieren und uns, dann ist der Speichel zum Beispiel viel basischer als bei reinen fleischfressenden Tieren. Wenn wir da weitergehen, wir haben eine viel tiefere Magen-PA-Wert von der Magensäure. Also die Fleischfressertiere, die haben sehr sauer und wenn man dann weitergeht, dann ist der Darm bei uns sehr lange und bei fleischfressenden Tieren sehr kurz. Das hat den Grund, dass wenn man ausschliesslich Fleisch isst, tierisches Protein, dass diese Stoffe, wenn sie zu lange in einem Magen oder im Darm sich befinden, dass da Gärstoffe, Fäulnisbakterien usw. entstehen könnten. Von daher macht es Sinn, dass die Derme kurz sind bei den Katzen und Hunden, dass das möglichst schnell auch den Körper wieder verlässt. Wir haben aber einen langen Darm, das heisst, unser Nahrungsbrei, wo wir essen, der braucht Zeit, weil der Körper möglichst viel herausnehmen kann. Und so hinterlässt, finde ich, also zeigt uns der Körper, in welche Richtung es gehen kann. Auch die Hände zum Beispiel, das sind Hände zum Sammeln und Pflücken, Auflesen usw. Klar, wir können auch ein Instrument, ein Werkzeug bedienen, aber es zeigt eigentlich, in welche Richtung es gehen kann. Und wenn wir jetzt vergleichen in der Natur, wie ernähren sich unsere nächsten Verwandten, dann sind wir irgendwo bei den Gorillas und Schimpansen und die essen Gorillas zum Beispiel 25 Kilo Grüngut und wenig bis gar kein tierisches Protein, also die kleinen Pflänzchen und Blätter und auch mal Wurzeln usw. Und sind irgendwie viermal so stark wie wir. Und 99% dasselbe Verdauungssystem wie wir. Sehr spannend. Natürlich, wenn du das jetzt gerade so erzählst, da habe ich mir gerade vorgestellt, wie wir ohne Instrumente ein Tier reissen sollten. Das könnten wir ja gar nicht. Aber wie ist dann der Mensch dazu gekommen? War es eine Notlage, dass man auch Fleisch oder Fisch dazu genommen haben? Oder wie erklärst du dir das? Je nachdem, von wo der Mensch auch kam. Also Eskimos, ja, da hast du Mühe, dass du da irgendwie etwas Grünes findest. Dann bist du schnell mal bei der tierischen Mehrung. Wir haben nachher eine kurze Lebenserwartung. Das stimmt, ja. Spannend ist ja auch, was passiert, zum Beispiel bei Naturvölkern. Naturvölkern, die essen sehr viel Naturbelassenes und weniger so raffinierte Produkte. Also sprich, Zivilisationskrankheiten zum Beispiel entstehen erst, wenn zum Beispiel diese Naturvölker sich an der westlichen Nahrung angleichen. Und da sind wir beim Punkt, bringt die Ernährung, wo wir heute haben, wenn wir in den Supermarkt gehen, noch das, was der Mensch wirklich braucht. Oder wir brauchen, um Energie und kraftvoll und ein glückliches Leben führen zu können. Und das bis ins hohe Alter. Und ich bin hingegangen und war auf der Webseite von Bundesamt für Gesundheit und habe da nach einer Ernährungspyramide geschaut. Und ich habe da dies gefunden. Ich war erstaunt, dass das Bundesamt für Gesundheit auch schon auf diesem Weg aufgesprungen ist. Also die zweitoberste ist zum Beispiel viel grünes, pflanzliches Früchtegrün. Die unterste ist Wasser. Da helfe ich gerne mit. Ich habe da bei dieser Pyramide noch einige Tipps für euch dabei. Also beim Untersten kommt mir jetzt einfach so spontan in den Sinn Wasser. Da helfe ich mit. Ich bin mit Sirup und so zum Mittagessen gross geworden. Also das würde ich empfehlen, das einfach zu streichen. Also das braucht man jetzt wirklich nicht. Aber was wir da für eine Belastung der Speicheldrüse an unseren Kindern geben, wenn da immer wieder Zucker kommt und die Insulinspiegel hochgeschnellt wird. Ich für mich, da unterstütze ich diese Ernährungspyramide viel grün. Also dürfen wir das Bild wieder vom Gorilla nehmen, dass wir möglichst viel Grünes essen jeden Tag. Also ich schaue für mich, dass Minimum einmal pro Tag eine grosse Schüssel schönen grünen Salat mit dabei ist. Und wie stehst du denn zum Thema Fruchtzucker? Weil da ist ja auch ein sehr umstrittenes Thema. Weil viele auch sagen, du sollst den Früchtekonsum, wo ja auch viele Enzyme und lebendige Vitalstoffe drin sind, ein bisschen reduzieren. Oder siehst du da kein Problem mit dem Fruchtzucker? Oder würdest du da auch eine Differenzierung machen? Dann sind wir beim nächsten Thema. Also heute sind die Früchte so dermassen auf Süße gezüchtet. Ich vermisse manchmal die guten alten Äpfel, die man früher gehabt hat. Heute haben die viel mehr Zucker drin. Also ich schaue auch, dass ich nicht da die supersüssen Früchte nehme, sondern eher ältere Sorten. Die haben noch nicht den Zucker so hoch gezüchtet wie die anderen. Da ist zum Beispiel noch Fruchtsäfte und so. Also ich trinke wenige Fruchtsäfte genau aus diesem Thema. Also schlussendlich ist es Zucker. Zucker wird auch säuerlich verstoffwechselt. Also Gesundheit braucht einen basischen Körper. Und von daher esse ich gerne einen Apfel, aber ich schaue auch, dass ich nicht zu viele Früchte esse, die so süss sind. Also eher etwas Grünes. Grünes kann unser Verdauungssystem sehr, sehr gut verwerten, ohne dass da immer wieder Insulin ins Spiel kommt oder den Blutzucker. Aber immer noch lieber eine Frucht als irgendeine Süssigkeit, oder? Ja, ja. Also bei mir kommt Zucker fast nicht mehr vor in Form von Früchten noch und auch ein bisschen Honig, weil ich da noch selber Bienen habe. So gönne ich mir die Süße im Leben. So sieht das zum Beispiel bei mir aus. Zum Beispiel am Morgen mache ich für mich, dass ich möglichst viel Grünes esse. Also wir können ja nicht 25 Kilo Grüngut wie die Gorilla jetzt essen, sondern ich schaue, dass es auch alltagstauglich ist. Also zum Beispiel ein grüner Saft, dann kann ich mir Gerstengras selber anziehen. Das hat sehr viele Vorteile. Das hat zum Beispiel positiven Einfluss auf den Cholesterinspiegel, entzündungshemmend, sehr viel Chlorophyll. Das ist auch gut für die Haut und so weiter. Genau. Am Morgen zum Beispiel einen Saft, so getrunken. Erste Mahlzeit und dann kommst du auch nicht aus dem Fastenmodus raus. Also ich schaue, dass ich möglichst lange auch faste. Wie siehst du das, wenn jetzt die Menschen vielleicht wirklich zeitlich sehr eingebunden sind und nicht die Zeit finden oder sich nehmen, jetzt jeden Morgen zu entsaften? So Gerstengrassaft, Pulver und Chlorella oder so einfach, das ist ja auch ein toller Einstieg, oder? Also kann ich auch empfehlen, dass man sich halt hilft mit Pulvergerstengras. Pulvergerstengras ist jedoch nicht mehr dasselbe, weil da ist ein Bearbeitungsschritt schon gemacht worden. Und das Lebendige, das Frische, das Aufbauende, das hat ganz eine andere Power, wenn es frisch ist. So kann zum Beispiel ein Salat aussehen. Oder so, dann hat man auch die pflanzlichen Proteine mit dabei. Einfach naturbelassen. Bei mir sieht man schlussendlich immer, was es mal gewesen ist. Also selten bis gar nie, weiss ich gar nicht mehr, was es ist, außer es ist mal ein Guacamole oder so, dann sieht man das nicht mehr. Aber oft oder fast immer sieht man es den Produkten an, was der Ursprung ist. Und dann ist man sehr nahe an der Natur, weil ich finde, oder ich bin davon überzeugt, dass wir es nicht besser hinkriegen als die Natur. Die hatte für alles irgendwie einen Plan. Zurück zur Ernährungspyramide von Bundesamt für Gesundheit. Da sind wir bei der Spalte Kohlenhydrate. Bei mir sehen die Kohlenhydrate zum Beispiel in Form nicht von Süßgräser, also nicht von Getreide, Weizen, Gerste und so. Gerste nur in Gerstengrasform. Bei mir sieht zum Beispiel Kohlenhydrate sind Buchweizen. Oder Boxhornklee. Oder sind die Linsen und so weiter. Weil wir haben einen Vorteil, wenn wir das Gluten ein bisschen weglassen, damit unser Darm da nicht löchrig wird und da körperfremde Proteine in unseren Darm kommen. Und das Immunsystem täglich, jedes Mal, wenn wir wieder schnell verfügbare Kohlenhydrate essen, überfordert und dann Autoimmunerkrankheiten bildet, helfe ich mir so. Und das ist ja wunderbar. Eben zwischendurch kann man mal die Sprossen einfach so nehmen, wenn man ein bisschen einen Energietief hat. Weil manchmal habe ich das auch schon bei mir erlebt, wenn ich ganz strenge Tage hatte, habe ich mich vielleicht gesund ernährt und den ganzen Tag hatte ich irgendetwas. Und plötzlich hat man Hunger und dann schaut man vielleicht schon noch nach dem Bestverfügbaren, aber ist dann halt irgendwie auch mal etwas, das nicht so gesund ist. Und da könnte man ja einfach die Sprossen mitnehmen. Ja, genau. Und wir sehen es später noch. Es macht einen Unterschied, ob wir Nahrungsmittel essen oder Lebensmittel. Und das sind alles Lebensmittel oder Salat, frisch gepflückt. Das ist für mich auch noch ein Lebensmittel. Das ist aufbauend, das hat Lebensenergie und Ordnungskraft, aber sehen wir später. Also ich habe meine Kohlenhydrate, muss ich mir heute nicht mehr erwärmen, weil ich es in der ursprünglichsten Form essen kann, wie zum Beispiel mit den Sprossen. Und viele Leute sind vielleicht auch noch ein bisschen ratlos, wie mache ich das? Dann möchte ich doch noch erwähnen, weil das hat mich auch richtig fasziniert, die tollen Rezepte bei euch, auch Brotrezepte mit den Sprossen. Weil ich finde, das ist am Anfang vielleicht ein bisschen eine kleine Hürde, sich umzustellen und dass man da ein bisschen Hilfe hat und Inspiration. Das finde ich wichtig. Ja, genau. Also ich muss vielleicht noch sagen, ich bin rohköstlich unterwegs. Ich habe mir das wirklich, ich tue mir das an, sage ich mal so am Anfang. Aber jetzt mittlerweile muss ich sagen, das ist überhaupt kein Verzicht, weil die Natur bietet so viele köstliche Zutaten, wo man sinnvoll kombinieren kann. Und dann bin ich zum Beispiel viel schneller unterwegs, weil Zeit ist heute auch ein Thema. Wenn ich mir kurz da so Sprossen anziehe oder Salat und dann mache ich mir eine schöne Salatbowl-Schüssel, dann ist man so schnell unterwegs, tut sich Gutes für den Körper und macht einfach Freude. Aber wie machst du das denn? Ich merke bei mir manchmal, wenn so mache ich, ernähre ich mich gesund und mit Freude, dann ist man vielleicht eingeladen oder hat irgendein Essen, ein Fest und so. Und dann möchte man ja auch nicht so unsozial sein, oder? Und das finde ich manchmal doch ein bisschen schwierig. Wie konsequent bist du da? Das fällt mir relativ einfach, konsequent zu sein. Okay. Aber es ist ein Thema. Also ins Restaurant zu gehen, macht nicht mehr so Freude, wie es früher war, weil die Rohkost, ja die Küche ist nicht so für Rohkost ausgelegt, aber gerade letzte Woche hatten wir Familienfest, alle Verwandten, die Grossmutter hat alle eingeladen und dann esse ich einfach eine grosse Schüssel Salat. Und wenn man mit den Leuten spricht, dann ist das auch okay und die wissen ja, und das Schöne ist, ich mache mal etwas vor und dann kommen Jahre später die Cousins und die Brüder und so, die adaptieren vieles, weil es einfach Sinn macht. Und je mehr Leute du inspirieren kannst, desto mehr werden vielleicht die Restaurants auch gezwungen, sich ein bisschen mit Demo auseinanderzusetzen und auch solche Menüs anzubieten. Und das macht man ja nicht einfach so. Also das hat auch einen Grund, warum man plötzlich bei der Rohkost ankommt. Also ich habe es in anderen Sendungen auch gesagt, also ich hatte Borrelien aufgelesen. Borrelien ist immer im Zusammenhang mit Schwermetallen, habe dann Ferien gemacht und rohköstlich gegessen und plötzlich gemerkt, der Körper beginnt sich zu entgiften. Und ich habe vorher schon sehr clean gegessen, sage ich mal, und auch mit den Sprossen, aber der Körper hatte die Möglichkeit, sich nicht zu entgiften. Das ist durch die Rohkost erst möglich geworden. Und das ist der Ansporn, warum ich jetzt so esse, wie ich esse. Und ich merke, Verzicht ist da das falsche Wort. Das gehört nicht zu der Rohkosternährung, weil man sich aus der Vielfalt der Natur bedienen kann, in der natürlichsten Form. Und dann macht es noch Freude und man spürt, man ist da mit der Natur unterwegs. So zum Beispiel ein Frühstück, also das macht mir einfach Freude. Ja, das macht schon Freude beim Anschauen. Ja, genau. Was mache ich da oder was sehe ich da noch? Tierisches Protein. Ich verwende für mich kein tierisches Protein. Ich habe die Landwirtschaft die Ausbildung gemacht. Ich habe es einfach nie cool gefunden, wenn man mit einem Lämmchen da in die Metzgerei gegangen ist und fünf Minuten später ist das einfach nicht mehr lebendig. Also das war der persönliche Grund, warum ich mich dann umgestellt habe. Ich bin froh, kann ich mir die Proteine pflanzlich herbeiführen. Also sprich, ich bekomme mit den Sprossen oder mit den Leguminosen etwas an die Hand, wo pflanzliches Protein hat, was basisch auf unseren Körper wirkt und nicht säuerlich wie tierisches Protein. hat viele Vorteile. Und ich fühle mich auch bestärkt, wenn ich dann Interviews sehe, auch bei QS24, wo Andreas Switzer und Dietrich Klinghardt immer mehr empfehlen die rohköstliche Ernährung, weil sie merken, da kommt die Entgiftung in Gang. Es hat viele Vorteile, die pflanzliche Ernährung. Ja, wie du auch schon schön erwähnt hast in einer anderen Sendung, dass man eben auch mit dem Mixer die Suppen so bereitet. Das hat mich so angesprochen, weil ich doch oft im Winter Lust habe auf eine Suppe und dass man das eben auch so machen kann und trotzdem die Rohkostqualität erhalten. Das fände ich ganz toll. Also es macht keinen Sinn, dass wir unsere Nahrung da irgendwie auf 80 oder irgendwie verkochen, sage ich mal, weil wärmer essen können wir sowieso nicht. Und also irgendwie 30, 40 Grad und ab 40, 42 Grad wird das Protein denaturiert und dann steht es unserem Körper auch wieder anders zur Verfügung. Genau, ich schaue für mich, dass ich hochwertige Öle habe. Ich habe auch Avocados zum Teil, das hat hochwertiges Fett. Da ist zum Beispiel die Margarine noch abgebildet, wird auch beschrieben dabei beim Bundesamt für Gesundheit und ich würde Ihnen empfehlen, informiert euch über Margarine. Das hat in keinem Haushalt eigentlich mehr etwas zu... Das ist ein Überbleibsel von Napoleon, wo er die Kriegsmannschaft da gefüttert hat, weil es nicht anders ging, hat heute nichts mehr verloren. Nüsse und Samen, habe ich euch einen Tipp, keimt die Samen an, keimt die Nüsse an, macht auch Haselnüsse und Mandeln und so über Nacht ins Wasser und dann werden die aktiviert. Dann habt ihr am Morgen nicht etwas Tankiges oder so, dann sind die wunderbar knackig, weil sie ins Leben integriert wurden. Mandeln auch? Mandeln auch. Ja genau, alle Nüsse, Baumnüsse, Haselnüsse, Mandeln, unbedingt aktivieren. Ich habe noch eine Frage zu den Ölen, weil da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Meinungen bezüglich der Menge, weil wir ja viel zu oft dann doch auch zu viel Fett, zu viel Öl zu uns nehmen, dass wir gar nicht so viel brauchen. Wie hältst du das oder wie siehst du das? Ich bin da relativ grosszügig mit dem Öl. Kommt auch noch ein bisschen darauf an, wie viel man arbeitet oder was man macht vielleicht auch, oder? Also, ja, ich bin da nicht sparsam. Ich nehme hochwertiges Öl, ich habe auch mal Leinsamenöl, ich habe Hanföl, ich habe Olivenöl. Also, ich schaue, dass ich Omega-3 überschüssig habe und nicht so auf Sonnenblumenöl, weniger so. Also, Fett ist ein wichtiges Thema, weil aus Fett kann der Körper auch wieder Energie produzieren und sogar noch mehr Energie als aus Kohlenhydraten. Wie hältst du das denn persönlich jetzt mit dem Omega-3? Also, ich nehme jetzt zum Beispiel noch das Algenöl, weil eben, wenn man sich vegetarisch ernährt oder rohköstlich, oder ist das dann nicht mehr nötig mit den Sprossen und so, oder wie siehst du das? Also, ich nehme für das Omega-3, nehme ich das Leinöl. Okay. Ja. Kann nicht genau gleich gut verstoffwechselt werden wie das Algenöl, aber du bist fit mit dem. Ich lerne immer wieder zu. Danke für den Tipp. Sehr gerne. Und das möchte ich euch gerne noch zeigen oder ansprechen. Das ist ein Bild von Fritz Albert Popp und das sind zwei Salatblätter. Das linke, das ist ein verwelktes Salatblatt und wir haben ein frisches Salatblatt. Und das zeigt die Lichtspeicherfähigkeit von einem Salatblatt. Und Fritz Albert Popp sagt, wir sind keine Lichtsäuger oder, wir sind Lichtsäuger, aber wir sind keine Allesfresser oder Fleischfresser oder Vegetarier. Wir leben schlussendlich vom Licht. Und das ist auch chemisch sehr einfach zu erklären. Also, die Kohlenhydrate werden irgendwie durch Wärme wieder verbrannt oder abgeatmet durch das CO2, das Wasser über den Haaren wieder ausgeleitet und schlussendlich bleibt im Körper das Licht vorhanden. Und das ist vielleicht der Grund, warum man sagt, du leuchtest oder du bist keine Leuchte und so weiter. Diese alten Sprichwörter haben immer viel Wahrheit in sich und das ist sehr, sehr eindrücklich, das mal zu verstehen. Also, ich denke, es geht um das Licht, um wie viel Licht ist in unseren Lebensmitteln enthalten. Und das könnt ihr selber kontrollieren, wenn ihr schaut, was auf euren Tellern ist, wenn da irgendwie ein paar Städli und da sind irgendwie Bratkügelchen und da irgendwie mit Blätterteig. Also, da hat es einfach nicht viel Leben drin. Wie will dieses Leben, diese Nahrungsmittel etwas Positives für den Körper beeinflussen? Also, es wird schwieriger. Ja, und auch für die Seele? Das, was wir essen, muss der Körper irgendwie wieder verwerten, verbauen. Also, er nimmt das, was wir essen und baut daraus zum Beispiel Körperzellen. Und, ja, was geben wir ihm? Welche Baustoffe hat er zur Verfügung, dass er da richtig baut, dass er da die Zellen schön und gesunder bauen kann? Gut. Ja, oft wissen wir ja mehr über, also ich jetzt nicht, aber viele wissen mehr über, was braucht das Auto für Öl, für Benzin, als was braucht unser Körper. Dann ist irgendetwas komisch, wenn das Autoöl, Motorenöl plötzlich mehr kostet als unser Öl, das wir in der Küche verwenden. Also, es lohnt sich, naturbelastend zu essen. Vielleicht muss man ja nicht komplett gerade auf einmal auf Rohkost umsteigen, aber wir bekommen immer wieder die Möglichkeit, uns daran zu tasten. Also, baut mir Grünes ein, baut Sachen, Karotten zum Beispiel, muss ich mir nicht erwärmen und irgendwie dämpfen. Also, ich mag die zum Beispiel einem Karottensalat und so weiter. Ja. Also, in der natürlichsten Form erhalten, so wie es die Natur gewollt hat. Spannend ist noch, könnt ihr euch selber beantworten, wir sind die einzige Spezie auf dieser Kugel, wo die Nahrungsmittel kocht und verarbeitet. Ich weiss nicht, ob die Schöpfung genau diesen Plan für uns hatte. Also, es lohnt sich vieles, müssen wir nicht kochen, können wir in roher Form essen und dann unterstützen wir den Körper, weil es versteht und nicht schon irgendwie denaturiert ist. Ich würde das vielleicht gerade so als Schlusssatz stehen lassen, außer du hast noch eine ganz, ganz wichtige Information, die du in dieser Sendung noch loswerden möchtest. Also, wenn ihr mehr über Sprossen, über die Anzucht von Sprossen wissen möchtet, dann findet ihr alles unter www.sprossensand.ca. Es kommen auch in den nächsten zwei Wochen immer mehr Rezepte dazu, die helfen, euch zu inspirieren. Und da gehören Brote dazu, da gehören auch Aufstriche, da gehören verschiedene Salatsoßen, es steht und fällt auch mit guten Soßen, dass das Feuerwerk im Mund entstehen darf. Genau, das wollte ich dann gerade auch noch anmerken, wieder wirklich manchmal hat man ja Lust, eine Umstellung zu machen, aber es scheitert dann ein bisschen daran, dass man nicht so weiss, wie kann man die Dinge wirklich schmackhaft, wie du sagst, ohne Verzicht zubereiten. Und ich war ganz fasziniert, als ich deine Homepage angeschaut habe und diese tollen Rezepte gesehen habe, da habe ich gedacht, da gibt es ja alles. Ich habe es dir schon gesagt, ich möchte am liebsten freinehmen und alles ausprobieren, dass man da wirklich Inspiration holen kann und dass da wirklich eine Starthilfe ist, wenn man mal jetzt den Entschluss fasst, mehr für sich zu tun. Vielen Dank. Schön warst du wieder bei uns mit so vielen tollen Inputs. Danke Marco. Danke auch. Liebes Publikum, auch Ihnen ganz herzlichen Dank und ich hoffe sehr, Sie konnten etwas aus dieser Fülle herausziehen. Wie Marco auch gesagt hat, man muss nicht alles auf einmal machen, aber jedes kleine Stück, dass man ein bisschen mehr für sich schaut, tut unserem Körper und unserer Seele gut. Schön waren Sie dabei. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017